jo was geht ab liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von horizon zero dawn so ich vermisse gerade mein tier ich weiß nicht wo es ist das ist nicht gut das heißt ich muss einen neuen läufer irgendwie finden entweder ist mein läufer kaputt oder irgendwie die die haben ihn zerstört oder ich weiß es gerade nämlich nicht weil ich kann irgendwie nicht rufen das ist ganz ganz großer mist ach ja das ist nicht gut so wer ist länders konzentration ich war für jetzt präzision schnell laden da habe ich nicht genug punkte für gerade also so Ich habe es schon, okay. Okay, ich habe es. war hier nicht irgendwo mal ein lagerfeuer habe ich nicht mal sowas in erinnerung weil ich schon drüber weggegangen bin ich irgendwie nicht weggegangen von schade ok was ist mit meinen läufer passiert es gefällt mir kein bisschen ich habe das schon ernsthaft ist hier der hammer fuck ich habe meinen läufer nicht warum wird das immer mehr jetzt auch hier muss ich sowieso ein bisschen mehr aufpassen weil hier sind maschinen die mich eiskalt eliminieren könnten und zwar ohne mit der wimper zu zuckern zu zucken what the fuck is this ok wenn ich jetzt hier komplett nach links gehe sollte mir eigentlich gar nichts passieren uff scheiße lasst sie in ruhe lasst sie bloß am leben lasst sie in ruhe lasst sie am leben guckt nicht in meine richtung sehr gut ich muss mich sowieso früher später auseinandersetzen aber ehrlich gesagt später scheiße scheiße einfach geteilt einfach geteilt einfach geteilt als ein sehr freis oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh gott sei dank der attackiert mich nicht ich habe irgendwie respekt vor diesen dingern ich weiß nicht warum die sehen irgendwie mega riesig aus ich habe deswegen irgendwie keine ahnung wer sind die denn jetzt oh shit 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 ich dachte oh shit ich wusste jetzt nicht ob die zu mir gehören oder nicht ich wusste nicht ich wusste nicht ich wusste nicht ich wusste nicht Was war das? Ja, das glaube ich allerdings auch Olin, Olin, wo bist du? Olin, Olin, Urus, boh Oh shit Ist da ein bisschen was? Hier ein bisschen was? Sehr nice Ich habe da eine Maschine gesehen What the fuck? Boah, genau das, was nicht passieren sollte Genau das, was nicht passieren sollte Weil ich die auch nicht gesehen habe Scheiße Ich habe dich nicht gesehen Von wo kam die eigentlich her? Warte mal ganz kurz, duck dich erstmal Hä, wo kam die denn her? Hä, da oben ist doch gar nichts Es ist vorbei Die werden niemanden mehr umbringen können Hä? Mein Problem ist, ich weiß ja nicht mal, wo die herkommen So, warte mal kurz, dann bin ich hier irgendwo gestorben Ich weiß aber nicht warum Waren die irgendwo hier rechts um die Ecke oder sowas? Ich habe mal aufpassen wegen der Maschine ehrlich gesagt Die Maschine macht mir irgendwie mega Ach, da sind die, ja, egal Oh nein, fuck Ich habe es geahnt Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Okay, 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 what the fuck Okay, das war irgendwie auch dumm von mir Das hätte ich so auch so im Leben nicht durchziehen sollen Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Scheiße Scheiße Nummer 1 ist down Oh shit Shit, shit, bleib ruhig, 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 ruhig Bleib ruhig Ich brauch die richtige Munition Ich brauch die richtige Munition Gut so What the fuck, you son of a bitch Shit, ey, kannst du bitte den Fokus Alter, kannst du bitte den Fokus lassen, danke Thank you, thank you very much Come here, you son of a bitch Und wie es das war für dich, you mother fucker So, jetzt muss ich gerade so ein bisschen aufpassen Weil die Maschinen sind gerade hellhörig geworden Ach, es sind gar nicht Maschinen What the fuck Alter Alter Ich finde das so genial gerade Ey, so tausendmal aufhinein Irgendwie traf ich das Metall, aber So Bleibt ruhig, Leute Wir kriegen jetzt alles irgendwie hin Ha 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 Bitch, you go down Puh Ich hätte jetzt mal gerne ein Lagerfeuer Ich hätte echt gerne gerade ein Lagerfeuer Muss ich zugeben Ist irgendwie Juhu? Ich habe auch irgendwie das Gefühl Ich hätte mir, glaube ich, das alles sparen können Aber egal Das habt ihr also vor Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben Ihre Kraft nützt uns Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde Ein Albtraum Albträume, ja Die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr Ja, erhebt euch Alleine erwische ich ihn nicht Die Dinger vernichten uns alle Sie vernichten nur unsere Feinde Und erobern unser Land zurück Mein Fokus Er geht nicht mehr Durchsucht hier alles Vielleicht gibt es Eindringlinge Hä? Was ist meine Einmischung, Aloy? Es ging nicht anders Wer ist da? Ein Interessierter Ihre Fokusse sind deaktiviert Doch ich weiß nicht, wie lange Der Rest liegt Wer ist da? Warte, was ist meine Aufgabe denn jetzt? Erlege die Verderber Ist das aber fucking ernst gerade? Okay Okay, okay, egal Ich kann ihn nicht herstellen Ich habe keinen Lohre Ich habe auch zu wenig Munition am Start gerade Finde ich irgendwo noch hier Holz in meiner Nähe? Das Problem sind nur die Maschinen Der Rest ist einfach You know what? Fuck yourself So Schwäche ist Feuer Das ist mir klar Ich kann die Schwäche nicht ausnutzen Ich bin gerade am überlegen Wie ich das hier am besten mache Und wie weit bin ich gerade überhaupt mit der Folge? Das war relativ nah am Ende Ich habe kein Feuer Wenn ich hier hochgehe Finde ich hier nur irgendwas? Ach ne, von da sind wir gekommen Okay, verstehe Also werde ich da auch kein Feuer finden Das ist nur ein Mädchen lebt Tötet sie Nein Ihr hattet eure Chance Ihr wisst doch nicht mal wo ich bin, oder? I think they know Und jetzt habe ich ein Problem, Leute Und jetzt habe ich ein Problem, Leute I think they know I think they know I think they know Osnabrück, alle Osnabrück, alle Osnabrück, alle Ihr Wichser Ich bin gerade irgendwie gefangen Shit Fuck you Shit Shit Motherfucker Oh, Wechsel, Alter. Shit. Alter, wie mache ich das denn jetzt? Alter, wie soll ich das denn machen? Okay, ich muss jetzt die Maschine legen, irgendwie. Und das wird nicht einfach. Weil ich keinen Feuerpfeil habe. Ich muss hier weg, das wird so nicht funktionieren. Ich muss, ja, ich brauche drei Luren, das wird so auch nicht funktionieren. Ja, mir fehlt drei Stück. Fuck. Ich muss jetzt erst mal drei Maschinen erledigen. Ja, davon habe ich genug Pfeile. Ah, fuck. Ich muss hier irgendwie auf ein Areal ziehen, wo ich die besiegen kann. Ich bin gerade relativ angeschissen, Leute, muss ich zugeben. Ich bin gerade relativ angeschissen. Pass mal auf. Is what you gonna do? Bleib ruhig, ey, Loi. Ich muss mich überlegen, wie wir das hier am besten durchziehen gerade. Überall wo ich mich verstecken kann, werden wir das durchziehen ungefähr. Da ist eins, da ist eins, da ist eins, da ist eins. Ich will auf jeden Fall noch eins von da, da nach hier. Ohne Munition bringt das nichts. Hahaha, gut. Mal schauen, ob das funktioniert. Let's see if this works. Kommt ihr nach oben? Kommt her, bitch. Try it. Just try it, you son of a bitch. Wie, ihr kommt da drüber? Das war jetzt nicht so, wie ich es geplant hatte. Ich hab gedacht, die verrecken da durch, Alter. So, liebe Leute, ich mach mal einen Folgen-Break. Ich muss mir überlegen, wie ich das jetzt hier wirklich durchziehe. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Tschüss. Vielen Dank.